und auch der Verschüttelheit. Liebe Glaubige, an diesem besunden Tag heiße ich Sie im Namen der Arbeit alle herzlich willkommen. Bitte wollen Sie sich frei, eine Kerze vor sich und vor Ihr Leben anzuzünden. Und die Verbitte der Stadtheiligen von Surrey, Felix, Regula und Exemplanzius, bei unserem Herrn zu erbitten. Ich schließe mit der Hoffnung im Gebet, dass wir lernen, dem verbittenen Gebet unseres Herrn zu entsprechen. Dass seine Jünger einst sein möge, wie er um den Vater einzieht, damit die Welt glauben möge. Ich möchte ihn im Namen der Herr Ackhoff, Frau Pfarrer Darosch einladen, ein Großwort an uns zu richten. Herr Ackhoff,